UNTERTITELUNG Was geht es denn? Ich habe schon gesehen, die Bahnhofstraße. Sind Sie da auch gewesen? Ja, wir waren da. Und was geht es denn genau? Nur Hilfe? Also Hilfe nicht. Wir brauchen einfach Unterschiede von Tamila, die dort sterben. Wieso? Wieso pro Tag sterben Leute. 100 bis 200 Leute sterben pro Tag. Und am Ende ist es passiert, 1250 Leute auf einmal. Mit einer Bombe. Das ist geschort. Ah, also gibt es Krieg. Das ist eine grosse ... Es ist ein Krieg unter Tamila und Singlese. Die Singlese, die Regierung, probiert Tamila total auszulösen. Also die tamilische Regierung? Nein, die singlesische Regierung probiert uns auszulösen. Ah, seit wann hat es angefangen? Mit Indien zusammen. Das ist schon vor 35 Jahren angefangen. Ah ja? Ah, deswegen gibt es viele Tamile in der Schweiz? Sie sind gekommen? Ja, genau. Vom Krieg? Vom Krieg. Aber vorher war Ruhe? Für ein paar Jahre, oder nicht? Vor 35, 40 Jahren hatte es ja vor Engländern englisch alles nichts, oder? Ja. Und dort hat es noch Auslösen gekriegt, aber jetzt ist es unter uns. Aha. Und es sind gelesen gegen Tamila. Das sind völlig andere Regierungen. Okay. Und andere Religionen und alles. Was für Religion habt ihr? Hindu, oder? Wir sind Hinduismus und die anderen sind Buddhisten. Ah, Buddhisten. Kennt ihr Allah? Allah kennen wir alle, ja. Okay. Ja, und wann hat der Krieg angefangen? Weil es war Ruhe, oder? Für ein paar Jahre, nicht? 2002. 2002, ja? Ja. Aha, okay. Wir sind woher und es war Ruhe. U war Ruhe, oder? Wir leben in Sri Lanka. Wir haben in Sri Lanka. Sie sprechen Englisch? Ja, ein paar Jahre. Sie sind Sirlang und Singhalese? Ich dachte, Tamil ist... Nein, Tamil. Wir sind 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 Tamil. Und Srilang sind Singhalese. Und sie töten uns. Also, sie leben in zwei unterschiedlichen... Ah, okay. Und du sagst, Sirlang ist dein? Nein, nicht Srilang. Wir haben Tamil. Okay, wir wollen nur die Krieg. Ja, wir wollen die Krieg und wir wollen... Ja. Ja. Ja, ein bisschen. Okay, so let's scream and say stop the war, stop the war. Okay, let's go. Ja. Okay, let's go and... Okay, let's scream a little bit for one minute. Let's stop the war. Okay? Stop the war! 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 Okay, free tamil. Free damil. Free, okay. Free tamil. We want tamilila. Free tamilila! Okay, okay, okay. около, and we'll put tamilila. Wie? Wir wollen Tamililas. Wir wollen... Hey, komm hier, bitte. Wir wollen Tamililas. 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 Entschuldigung, was ist das genau, wissen Sie? Nein, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, ich wusste auch nicht. Und was haben Sie gefragt? Ja, es geht um Krieg in Sri Lanka. Ach so. Und dort sind Singapur-Leute und Tamil-Leute zusammenkriegen. Singapur bombardiert... Wirklich? Singapur-Leute in Sri Lanka bombardieren Tamile. Die machen jetzt ein bisschen für Frieden, oder? Die Demonstration. Das sind die Leute, die hier leben. Die hier leben, ja. Aber viele von denen verstehen kein Deutsch. Vielleicht auch von dort. Wahrscheinlich kommen jetzt viele in der Schweiz. Okay, danke schön. Bitte schön, hallo. Entschuldigung, wüssten Sie, was das ist? Danke! Danke! Serala, angekommen! Ahh, okay. Sri Lanka! Stop the war! 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 Duncan! Ana und geben! Don't kill! Samen alten! да An家! SAMENliche condenkt! kösschraunt Sie. Es kärnt euch alles so ein Até aber auch sein! Man weiß es also was. Nein. Auch Nein. Ist das von Tamil Tigers oder so? Nein, einfach wissen sie nicht. Also, dass sie bombardiert werden, dass Krieg in Sri Lanka gibt. Schon, oder? Sie wissen es dann. Was geht es denn? Was ist Tamil Tigers? Es ist eine Rebellorganisation. Okay. Nachricht. Alles klar, vielen Dank. Schöne sie mit in die Bohren. Schöne sie mit in diecriptliebe. Schöne sie mit! Schöne sie mit! Schöne sie mit! Schöne sie mit! Bekommelt wird, die in die Kunde geschlossen! Die Bauern er Bana. Sie hören sie mit! Achtung Ich glaube, dass eine der großen Schläge zu machen ist, die Kinder zu retten, die nächste Generation zu retten. Es ist etwas, was wir alle brauchen, um die persönliche Verantwortung für zu nehmen. Es gibt Eltern all over der Welt, die helfen, um ihre Kinder zu retten. Wir können alles machen, aber ich glaube, dass wir etwas machen müssen.